Markus muss die nur halten und die kommt dahin. Ah, bitte! Achtung, Achtung! Ich hoffe es so sehr, dass es unser Spiel ist. Also Bits, ich wäre frustriert, wenn wir es nicht schaffen. Los jetzt! Fuck! Nein! Fuck! Nein! Ihr habt gesehen, dass wir sehr gut vorankamen und nicht... Fuck, das war kacke von mir. Sehr gut. Gut gemacht. Geh, geh, geh! Okay! Weiter, 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 weiter! Nächste, Mann! Okay, weiter! Nein! Nächste! So, nächste! Nächste, nächste! Warte! So, eins, zwei, drei, vier, 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 fünf. Ja, ich schaffe es, zwei, null. Ja! Ja! Warte! Ich wusste... Ich habe mein Limit erreicht. Oh! Fuck! Ich war fertig, es war vorbei. Und beim 2.0 habe ich gedacht, nein, nicht mit mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, mach einfach! Mach einfach! Ich hab dich! Ich hatte keinen Halt mehr, dass ich so die Sicherheit hatte, nach oben zu kommen. Nein, noch nicht! Okay, nein, ich mach doch gar nichts! Du hast so viel nachgedacht, was ist, wenn wir verlieren? Wir müssen noch mal spielen. Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr, Leute! Fuck! Ich komm doch nicht ran! Komm, du schaffst das! Bitte! Ich weiß, dass wir stark sind und ich weiß, dass wir kämpfen! Gib dich auf! Ich drück dich! Mach! Bitte! Cecile! Steh auf! Was ist los? Steh auf! Was ist los? Steh auf! Cecile! Konzentrier dich, bitte! Sie haben gewonnen! Sie haben gewonnen! Bitte, konzentriere dich! Ich kann nicht mehr! Bitte! Ein Spiel konzentrieren! Bitte! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Also vom Kopf gerade bin ich überhaupt nicht mehr fit, weil der hat schon halb aufgegeben. Der sieht gerade gar nichts mehr! Du gibst auf! Ich geb mich auf! Komm, wir schaffen das, Mann! Bitte, gib doch nicht auf! Ich geb mich auf! Dann hör auf zu weinen! Bitte, Cecilia! Bitte! Du bist mit dem Kopf woanders! Ich drück dich hoch! Ich bin nicht mit dem Kopf woanders! Doch, bist du! Ich sehe das an deinen Augen! Ich kenne dich! Bitte! Mach jetzt! Bitte nicht weinen! Hör auf, bitte! Komm, steh auf! Du bist stark! Cecilia, du bist stark! Komm, wir schaffen das! Ja! Wir haben uns geschluckt jetzt! Komm! Ja! Komm! Im letzten Spiel stand 2-2, da hast du noch mal diesen Ehrgeiz gehabt. Guck mal, die nächste Runde gewinnen haben sie gewonnen, dann ist es vorbei. Ja, aber trotzdem gewinnen wir es. Okay. Ruhig! Nächste, ruhig! Nächste, ruhig! 1, 2, 3! Du bist super! Du bist super! Du bist super! Du bist super! Super! Baby! Du bist super! Baby! Super! Ich hab dich! Warte, nein, nein! So darfst du mich! Okay, okay, okay! Ich hab dich! Ruhig! Du musst es so! Okay, nächste! Komm, scheiß drauf! Nächste! Ich hab dich! Ich hab dich! Okay, nächste! Nächste, nächste! 1, 2, 3! Nein, wir haben es nicht! Wir haben es nicht! Nein, bitte nicht! Wir haben es nicht! Wir haben es nicht! Scheiße! Aber das ist auch noch unser! Wir haben es nicht! 1, 2! Wir haben es nicht! 1, 2! Ja, komm! Es war mir so schlecht! Ich hab keinen Bock mehr! Fuck! Ich hole dich! Ich hole dich! Ich hole dich jetzt!